Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Nach unserem Aufenthalt in der Bobbahn und in der Schwebebahn sind wir dann noch in den Tierpark gegangen. Viel Spaß mit dem tollen Video. Gucke, da ist was an den Zaun. Da. Da. Weißt du, was Harry mir gerade tritt? Hallo, Nadja, Stift Schalsi. Hier, kannst du nicht die zivile Stelle von Katrin nehmen? Das ist Stift Schalsi. Nein, ich nenne ihn noch mal Schalsi. Mach das erst mal winkfest. Die hat eine Nuss. Jetzt siehst du hier. Oh, ne, da ist noch was anderes. Gucke, der hat da was im Mund. Im Schnabel. Das ist ein Mäusebuss hat, hat Papa eben gesagt. Guck mal, wie schön der ist. Guck mal, da oben sitzt auch einer. Sieht ein bisschen weißer aus. Guck mal da. Ja. Guck mal, hier, schätze ich dir. Aber ist das nicht Tierkirchen? Oh, klar. Schön ist das nicht. So ein Tier, das das eingesperrt ist, ist ja furchtbar. Moki, das mögen wir nicht. Die Tiere müssten mehr frei sein, ne, eigentlich. Die dürfen eigentlich gar nicht in den Käfig gesperrt werden. Nein. Wir müssen hier, an der Tieren müssen auch hier. Weißt du? Weißt du, Mama? An der Tieren müssen auch in den Käfig. Aber die sind doch lecker. Guck mal. Oh, wenn ich dich hier fehlt, Mama. Dich vor allem. Was ist das für ein Deutsch? Ist dir jetzt gut, dieser Wagen hier? Oh, komm mal. Kostet ja nicht so viel. Ja. Oder? Ein Goldkast. Ein Schwerchen. Mama. Wie Marcel. Marcel und Nadja sind das. Nadja oben links, Marcel rechts. Ich bin auch dabei. Du auch, mein Schatz. Du bist bestimmt im Bauch noch. Ja. flipping her. Ich schwarze Angst. Du wirst endlich futuregen. Ich hab letzt Angst. Es ist was zu essen. Jetzt ist dein Futter. da gucke die hatten küken im mund gucke zack Der ist ein bisschen größer, der da liegt. Der sieht ein bisschen mickrig aus, der linke. Der sieht ein bisschen größer, der da liegt. Der sieht ein bisschen größer, der da liegt. Der sieht ein bisschen größer, der da liegt. Der ist ein bisschen größer, der da liegt. Der hat Hunger. Der hat Flumschen gesetzt. Geil. Der hat Flumschen gesetzt. Der hat Flumschen gesetzt. Riecht gut. Riechen die Frauen gut. Riecht gut. Riecht gut. Wenn du dir eine Chalet, zählst du um, Mama. Guck, der andere kommt auf. Na ja, sie haben zumindest eine große, schöne Diehege. Aber die müssen auch fischen gehen. Da war bestimmt was zu essen drin. Deswegen beschäftigt er sich so mit dem, weißt du? Und das ist bestimmt der Mann hier, oder? Der Bock, ja, der spritzt ihn. Die kriegen alle Babys. Guck mal, wie fett die alle da sind. Und das die, die ihre Stacheln schießen? Ja, ja, deswegen. Ich passe auch schon auf. Die sind nicht so aufgeschlebt, das ist nicht so aufgeschlebt. Das ist nicht so aufgeschlebt. Was ist das nicht so aufgeschlebt? Was ist das nicht so aufgeschlebt? Das ist jetzt ihr Haustür. Das ist nicht ihr Haustür. Da haben sie zwei Elfen. Was haben die? So, der Papa, die rüber raus. Der Bock. Der Bock, der vom Meerschwein, äh Quatsch. Ja, ja, die kriegen ja alle nasenlang Babys, siehst du ja jetzt. Nee, dann blutet einer. Die Innendicke, die kriegt ihre Babys auch da, hier die braune am Trog. Die dauert nicht mehr lange. Die platzt schon. Bestimmt so zehn. Ja, vor allem die Mama selber nur so klein, ja, denkt man. Ja. So, das ist mein Pädchen drin. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für deine Zeit auf meinem Video. Lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da.